Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Thrower unter die Shop News und Combo Masteries mit mir dem Herrn gleich Yo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video Yo Leute, wir schauen jetzt wieder mal in Mamas Altmojo Geheimnis Chatella als allererstes rein hier ist nach wie vor der Mythic Zoidberg am Start schon mega cool, aber ich mag diese Chatella nicht So dann haben wir die Lord Griffin Tire Box Alles dazu könnt ihr dann in einem anderen Video sehen Müsst ihr jetzt oben auf der rechten Seite gleich eingeblendet werden mit Lord Griffin sagt Sandmanzen, Peter Daughtery, Mention, Dinner Date Front, Lois Griffin und diesen ganzen Kombos hier dann die Mag Tire Box wegen dem Mag Clash, der jetzt am Montag startet auch dazu ein Video gestern auch hier wird jetzt oben mit Sicherheit eingeblendet sein auf der rechten Seite Max in Charge, Tom Landry Baseball Team Himalayan Observatory, Monks, McGriffin, Cuddles, Chinchilla, Dick Wayne, Playlist, Mag und so weiter plus diese ganzen Kombos hier dann sind wir hier auch schon soweit durch dann haben wir noch das Mythic Tina Pack mit Mythic Tina Cognac Bender, Bier Festival, Bier Tasting, Francine Smith, Eggnog oder Eierflip, Roger Tropical Drinks Tina cool Pack ganz, ganz cool aber die Tina zu bekommen ist natürlich sehr unwahrscheinlich so 4500 Gems jo dann haben wir hier den Tennisball Brian bei den heutigen Combo Masteries schauen wir uns die allererste Combo Mastery heute mal an das ist diese hier ähm jo das müsste jetzt passen so hier Tennisball Brian ist ein Brian mit Ruppert oder mit dem Wireless Audio Transmitter also mit Spielzeugkarten ja da kommt was raus mit Stoß und mit Blutsauger ist jetzt nicht so wirklich wirklich geil muss ich sagen oh klar durch den Blutsauger kriegst du die nicht so wirklich down aber so toll ist das Ding nicht Ha Blutsauger in Kombination meine ich natürlich mit dem Stoß durch die Mauer 174 Cans of Slurm Schauen wir uns jetzt auch mal an eine Bänder Combo ist das äh jo mit Slurm kommt eine Mauer raus und eine Bombe eine Bombe lass mal schauen was passiert denn hier äh 14 10er Bombe das ist nicht so wirklich toll also die können wir uns auch sparen die 500 Gems braucht keiner dafür auszugeben Hangover Steve auch hier schauen wir jetzt mal rein beim Hangover Steve und das ist jetzt gehen wir gleich mal hoch zum Maxen das ist nämlich der Steve Smith und den haben wir ja in einer ähm legendären Version hier äh mit der Powtucket Patriot Ale zum Beispiel Absinthe Personalized Beer Mug das Lähmen Cripple und diesen Stoß durch die Mauer ist nicht so die Knüller Combo also Hangover Steve ist auch nicht so toll Susan Boyle eine mega bekannte Combo Mastery oder Combo mit einer Lila also jeder der die Adventures schon durchgespielt hat der äh kennt diese Combo auf jeden Fall Cripple und Blutsauger ja und wenn du davon halt mehrere am Start hast dann wird's echt schwierig ne hier mit der Furz Schule für Hochbegabte und mit Red Shirt Blue Shirt aber ja pfff ist jetzt auch nicht so die Combo wo man jetzt also gut klar wenn man jetzt eine Mythic Lila hat kann man sich das überlegen da sind für Musik zwei Combo's möglich die Werte sind auch nicht so schlecht aber ja also ich würde sagen wir warten mal besser auf noch andere Combo's da wird noch das ein oder andere kommen ja wenn euch das heutige Video gefallen hat dann lasst mal einen Daumen nach oben da schreibt was in die Kommentare und vor allem abonniert den Kanal Abo 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 damit helft ihr uns dann weiter äh manche haben ja schon mal auch wegen diesem Content Creator Code gefragt den kann man erst dann bekommen ab 1000 Abonnenten und da müssen wir erst noch hin und deswegen können wir da aktuell auch gar nichts machen also insofern ihr könnt uns wirklich unterstützen indem ihr einfach unseren Kanal abonniert und uns damit ganz gewaltig weiter helft ok ja Leute also wenn euch das heutige Video gefallen hat dann ja abonniert einfach den Kanal macht's gut bis dann und tschüss